Liebe Aargauerinnen und Aargauer, wir brauchen mehr junge Menschen im Bundeshaus. Ich selber bin mit 21 gewählt worden und es ist ja so. Alles was im Bundeshaus bestimmt wird, das betrifft ja zwar uns alle, aber vor allem auch die künftigen Generationen ganz besonders. Darum mehr Jungblut nach Bern. Die junge SVP, die auch junge Köpfe hat, junge Frauen, junge Männer, setzt auch Akzente. Zum Beispiel in der Asylpolitik, in der Migrationspolitik mehr Sicherheit und vor allem auch für eine sichere Energieversorgung. Das sind alles Themen, die uns Jungen interessieren müssen. Und da ist die junge SVP Aargau vor allem auch thematisch gefordert. Nicht umverteilen, sondern Eigenverantwortung. Nicht Gleichschalterei, sondern Meinungsvielfalt. Und das heisst auch, wir wollen kämpfen für unsere Freiheiten. Und dazu braucht es die junge SVP Aargau.